Mjoln alle zusammen, ich bin's wieder, Kizunai Hara, hier mit meinem Let's Play von A Bug's Life. Und wir erinnern uns, die Schlacht um die Freiheit der Ameisen hat begonnen. Zuerst haben wir den Vogel aufgebaut, dann haben wir diejenigen, die den Vogel fliegen gefunden und haben schon mal erst den Grashüpfer in die Wüste geschickt. Und jetzt geht es zur Endphase der Schlacht. Nämlich geht es jetzt darum, den Anführer Hopper für immer in die Wüste zu schicken. Und es geht los mit diesem Level, Ameisenhügel Teil 2. Und ich glaube, bei diesem Level haben sie sich einiges von Mario abgekupfert, habe ich das Gefühl. Die Aufgabe nämlich, oi oi, Level 13. Die Flucht der Grashüpfer Hopper ist außer sich darüber, dass man ihn ausgetrickst hat und ergreift Prinzessin Atta. Flick muss die Ameiseninsel nun für das Ameisenvolk zurückerobern und Prinzessin Atta retten. Die armseligen Ameisen hat zwar die meisten aus meiner Bande verjagt, aber ich habe eure Prinzessin. Flick Hilfe! Oh boy, dachte ich nur. Oh. Ah, und jetzt... Ich muss ein Behrengeschütz wachsen lassen. Jetzt geht das... Jetzt geht das so. Ja. Ich meine... Die Musik ist einfach nur EPIC! Und es regnet! Ah, die war... Die war Ptiti! So, jetzt muss ich hier erstmal an diese Münzen da rankommen. Wihihi! Uh, alle beide gleichzeitig. Coole Sache. Oh, Mann. Oh. Das sind Grashüpfer. Hoppala. Hab ich gar nicht gesehen. Das Behrengeschütz. Ja. First of all, schon mal ein paar Sachen sammeln. Die Prinzessin kann warten. Dazu ist der wohl bestimmt fähig. Uhuhu. Oh. Habe ich wohl aus Versehen jetzt... Äh, bla. Egal. Okay, einige der Sachen, die ich in diesem Level brauche. Ich muss ein Behrengeschütz wachsen lassen. Ja, nämlich für dieses komische Behrengeschütz. Das ist, ähm... Ach. Will ich euch im Laufe der Zeit noch erklären? Da. Ich bin jetzt im Moment faul, was erklären angeht. Muss ja nie immer sein. Mist, ich komm nicht dran. Fuck. Naja, okay. Es regnet. Es regnet. Wäää. Wow. Geselle. Kriegt nicht mal ein. Wäää. Ich hab dich von Hähne berührt. Wuhu. So, es gibt ziemlich viele Sachen hier. Bla. Wo, 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 wo. Reg dich mal ein, Junge. So. Komm ich schon... Da. Hin? An das. Nee, komm ich noch nicht. Miep. Tja. Ihr habt ja auch noch nicht die schwerste Nummer der Sache gesehen. Weil... So was wie Bären-Power-Up gibt's in dem Level nicht. Ihr bleibt bei dieser roten da. Und da oben ist Hopper mit der Prinzessin. By the way. Kannst noch ein bisschen warten. Ich will 100% haben. Du 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 du. Das ist so epic. Oh. Ein Grashöpfer. Und er hält ein Samenkorn. Ich muss ein Bier in den Schütz fassen lassen. Oh ja. Mehrstimmigkeit. Das hat er drauf. Nee, wie geil. Wow. Wow, wow. Kumpel. Langsam. Oh, ich hab die Rose fällt mir ein. Ich kann mir schon einige Sachen holen, an die ich noch nicht dran gekommen bin. Zum Beispiel das da. Das brauche ich jetzt. Gelbe Münze. Fortschritt. So. Okay. Hier in diesem Level wird die gelbe Pflanze eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Nicht nur für das Ziel zu erreichen, sondern auch für die 100%. Und first of all, hätte ich jetzt gerne dieses Samenkorn von dem Grashöpfer, was da rumfliegt. Wow, wow, wow. Okay. Na komm. Schnapp ihn dir. Haha. Gut. Lässt er ihn fallen. Scheiße, ich drück schon wieder den falschen Knopfel. So. Jetzt brauche ich diese Pflanze erstmal nicht mehr. Na, ich kann mich schon ein bisschen dann auch in die Bestaben kümmern. Kann ich ja jetzt. Hier zum Beispiel das L. Das war doch ein L, oder? Ich meine, dass es ein L gewesen ist. Ja, ist es. Okay, das war ziemlich weit weggestellt. Oder? Nee, doch nicht. Cool. Ich muss ein Bärengeschütz wachsen lassen. Krasse Sache. Ich hab's doch noch geschafft. Oh, das ist K. Oh, das gibt einen blauen Fleck. Auch gut. Wow. Ah, weg. Zu weit weg. So geht's auch. Haha. Lol. Ha, jetzt aber. Coole Nummer. Regen, Regen, Regen. Immer dieser Regen. Drüben war auch noch was Schönes. Das hole ich mir jetzt auch. Ich bin irgendwie wieder ziemlich wortkarg. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Findet ihr nicht? Aha. Ein Panzer. Hey, kann ich pflanzen? Jetzt warte gefälligst. Wofür hältst du mich? Für den neuen Klempner Mario? Kann doch auch nicht alles machen. Nur weil du zu blöd bist. Ja. Was tut man nicht alles für 100%? Oh. Stirb. Affe. Hoppala. Habt ihr das auch gerade gesehen? War der Pilz jetzt gerade wirklich... Ähm... Ja. Dings. Grün? Noch ein... Ja. Ah. Diese Pflanze brauche ich jetzt. Das sagt Flick zwar nicht, aber die ist nötig. Die braucht man für die... Hey, wie geil! Ich bin da drauf gekommen. Coole Sache. Das brauche ich nämlich, um... Da hoch zu kommen. Schleuderblume gehört mir. So. Na. Nämlich tue ich da... dieses Samenkorn hin. Juhu. Das geht ja wieder... Schön. Und jetzt... muss ich mir von dem Typie... das Samenkorn holen. Na komm, Alter. Flick in meine Schussbahn. Oh, das dauert jetzt etwas. Und dann getroffen habe ich den aber. Haha, jetzt zweimal. Nochmal. Und komm. Wunderbar! Okay, Samenkorn in Sicherheit bringen. Oh, hab das Vieh nicht gesehen. Äh, ich meine das... Ach, Dingsbums. Wie heißt das nochmal? Ach, egal. Wuhu! Wuhu! So. Jetzt habe ich zwei tragbare Samenkörner. Genau die Anzahl, die ich auch brauche. Weil mir schon aufgefallen ist, äh... Es gibt kaum tragbare Samenkörner. Nur zwei. Und die habe ich jetzt. Die brauche ich für den... für den restlichen... La... Das restliche Zeug. Wow! Okay, äh, äh, nur beweg dich. Dummer Stein. Ist doch mal... Dummer Stein. Blum, 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 blum. Regen, regen, regen. Regen, regen. Regen. Ich mag es, L zu rollen. Okay. Ich bin jetzt hier erstmal oben. Kurze Pause, dann geht's weiter. Sehr geil.